Der Herr sei mit euch und mit deinem Geiste aus dem heiligen Evangelium nach Markus. In jener Zeit ging Jesus zusammen mit Jakobus und Johannes in das Haus des Simon und Andreas. Die Schwiegermutter des Simon lag mit Fieber im Bett. Sie sprachen mit Jesus über sie und er ging zu ihr, fasste sie an der Hand und richtete sie auf. Da wich das Fieber von ihr und sie sorgte für sie. Am Abend, als die Sonne untergegangen war, brachte man alle Kranken und Besessenen zu Jesus. Die ganze Stadt war vor der Haustür versammelt und er heilte viele, die an allen möglichen Krankheiten litten und trieb viele Dämonen aus. Und er verbot den Dämonen zu reden, denn sie wussten, wer er war. In aller Frühe, als es noch dunkel war, stand er auf und ging an einen einsamen Ort, um zu beten. Simon und seine Begleiter eilten ihm nach und als sie ihn fanden, sagten sie zu ihm, alle suchen dich. Er antwortete, lasst uns anderswohin gehen, in die benachbarten Dörfer, damit ich auch dort predige, denn dazu bin ich gekommen. Und er zog durch ganz Galiläa, predigte in den Synagogen und trieb die Dämonen aus. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Glaub sei dir, Christus. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Liebe Schwestern und Brüder, ist Gott ungerecht? Fällt die auf Himmel schreiende Ungerechtigkeit, all das Unrecht, das Geschieht, das Leid, das es in dieser unserer Welt gibt, nicht auch auf ihn zurück? Ich hatte in der vergangenen Woche, ich war in St. Philipp Neri, beim Kirchencafé ein Gespräch mit einem etwas älteren Herrn, der nicht aus der Gemeinde stammt, der schon längere Zeit seine Frau verloren hatte, sehr viel über das Leben nachdenkt und im Verlauf des Gesprächs hat er ungefähr diese Sätze gesagt. Wenn es Gott überhaupt gibt, er zweifelte sehr daran, warum hat er dann den Menschen so gemacht, wie er den Menschen gemacht hat? Hätte er den Menschen denn nicht ganz anders machen sollen, als so, wie wir die Menschen erleben? Manche, die einfach gut leben und andere, die unendliche Scheußlichkeiten verüben. Wäre es nicht besser, überhaupt gar keine Welt erschaffen zu haben, als die, die wir vorfinden? Ist Gott ungerecht? Wahrscheinlich hätte er diese Frage bejaht. Fragen, die viele Menschen mit sich herumtragen und eine ähnliche Konsequenz ziehen an einen Gott, der eine solche Welt erschafft, solche Menschen, die so sind, wie sie nun einmal sind, den möchte oder kann ich oder will ich nicht glauben. Es war ein sehr schönes Gespräch. Nun ja, wie das so meine Art ist. Ich habe versucht, auch ein paar eigene Gedanken zu sagen. Ich habe ihn gefragt, ob er denn lieber in einer Welt leben müsste. Nein, sie gibt sie halt einfach mal, wo er als Marionette erschaffen ist, die gar nicht anders handeln kann, als der Schöpfer es will, selbst wenn sie es wollte. Freiheit, Freiheit, eines der höchsten Güter, gerade auch in unserer Zeit, eine der schönsten Gaben, die uns Gott mitgegeben hat, als Marionette in dieser Welt leben und dafür überall Harmonie. Ob er sich nicht vorstellen könne, dass Gott ein anderes Projekt mit dieser Welt habe, nämlich den Traum, nun ja, Gott träumt nicht, aber sag's, wir können nur menschlich über Gott sprechen, den Traum, dass es in dieser Welt Menschen gebe, die nicht, weil sie nicht anders können, sondern weil sie es selber wollen, das Gute tun, das Schöne tun, das liebevolle tun. Und ich habe ihn natürlich auch gefragt, ob er betet und er nicht, aber ob er es nicht einmal versuchen möchte, zu beten, zu sprechen mit diesem Geheimnis, mit diesem oft so unverständlichen Gott und wenn es nur das Gebet ist, Gott, wenn es dich gibt, dann zeige dich mir. Wir sind sehr schön auseinandergegangen, er hat sich bedankt, dass einfach mal ein solches Gespräch möglich war und ich weiß nicht, ob er das einfach einmal versuchen wird, mit Gott zu sprechen, ihn anzureden, zu beten und ob das, was ich gesagt habe, nun ja, ich gebe mich da nicht der Illusion hin, dass dieses argumentative Reden sehr viel bewirkt, aber wer weiß. Liebe Schwestern und Brüder, in diesem Mann finde ich den Protagonisten der heutigen ersten Lesung wieder, beziehungsweise umgekehrt, in Hiob ihn, der diese Fragen stellt. Er kam und kommt mit dieser Welt, so wie sie ist, im Allgemeinen nicht zurecht. Hiob als jemand, der ganz konkret persönlich betroffen ist. Wenn man Hiob gefragt hätte, ist Gott ungerecht, ich bin ganz sicher, er hätte nicht gezögert, zu sagen, ja. Und genau das erfahre ich. Diesen Gott, der mich schlägt und ich weiß nicht warum. Der ein Willkürgott zu sein scheint und ich weiß nicht warum. Er weiß nicht, dass er, so ist das Buch konzipiert, gewissermaßen, dass Gott auf ihn setzt. Der Ursprung ist seine Wette. Satan, hier als Ankläger gemeint, hast du ihn gesehen, als er vor Gott auftritt, meinen Knecht Job, seine Treue? Und die Lapidare antwortet, ja, ein Diener um Lohn, weil es ihm gut geht, dient er dir. Aber lege Hand an ihn und er wird dir ins Angesicht fluchen. Und Gott setzt auf Simon, auf Hiob, liebe Schwestern und Brüder, er setzt auf uns, den Menschen. Er traut uns etwas zu. Und das erfährt Job. Es ist ein unendlich kluges Buch, das genau das Erleben von so vielen Menschen in den Blick rückt. Die Erfahrung des Job, die Erfahrung so vieler anderer Menschen, eines Gottes, der das Unrecht zulässt, so viel Leid nicht gerecht zu sein scheint, dem einen teilt er das zu, dem anderen jenes Glück und Unglück ungerecht verteilt. Warum dürfen wir in Frieden leben, die Menschen in der Ukraine nicht? Warum? Es gibt keine Antwort. Ganz sicher nicht, weil wir es mehr verdienen würden, als die Menschen in der Ukraine oder wo auch immer in dieser Welt. Es kommen und treten dann, Sie sehen es hier auf dem Bild, noch Freunde auf, die für Gott, nicht für ihn, für Hiob in seiner Verzweiflung, sondern für Gott Partei ergreifen, ihn zu rechtfertigen suchen und eine Theologie, die es in Israel gab und wogegen das Buch Hiob aufbegehrt in eine mathematische Gleichung gießen. Das ist das Scheußliche an dieser Theologie, die aber auch etwas Richtiges aussagt. Da, wo wir schuldig werden an uns selbst, an Mitmenschen, hat es Konsequenzen, oft unschöne Konsequenzen. Aber ich darf es nicht in eine mathematische Gleichung pressen, sagen, da ist Schuld. Denk mal nach, irgendwas ist bei dir nicht in Ordnung. Was sagen Sie ihm? Denk mal darüber nach. Und zu sagen, da ist Schuld, da ist Leid, die Strafe für die Schuld, Schuld minus Strafe oder Strafe minus Schuld, wie auch immer, am Ende gleich Null. Liebe Schwestern und Brüder, am Ende wird Gott nicht denen, die für ihn Partei ergriffen haben, Recht geben, sondern er wird ihnen sagen, das, was ihr gesagt habt, das ist falsch. Und Jesus wird es selbst, wird mit derselben Frage konfrontiert, er wird es selbst, Jahrhunderte später ebenfalls sagen, und das ist falsche, das ist schlechte, das ist scheußliche Theologie. Aber das, was Hiob tut, er hadert mit Gott, er möchte ihn herausfordern und einen Prozess mit ihm anfangen, ihn anklagen und ist überzeugt, dass er Recht bekommt, wissend, dass er Gott keinen Richter über sich hatte, der schlichten könnte zwischen ihnen beiden, aber er traut diesem Gott zu, ihm Recht zu geben. Aber das Wichtigste, er hat die Beziehung zu ihm zu keinem Zeitpunkt abgebrochen. Er redet, er hadert, aber er spricht mit Gott, ist mit ihm in Beziehung, im Gebet. So sehr wir mit Gott hadern, aber nie Funkstille eintreten lassen. Liebe Gemeinde, das, was wir in der ersten Lesung gehört haben, so etwas Ähnliches, erfahren wir im Evangelium. Es ist immer noch der eine Tag, den Markus schildert aus dem Leben, dem öffentlichen Leben Jesu. Ein Sabbat hat mit einem Gottesdienst in der Synagoge begonnen, vollmächtig hatte er gepredigt, die Leute einfach nur in Staunen versetzt, seinen Besessenen geheilt. Er wird eingeladen zu Simon und Andreas in ihr Haus. Da liegt die, wir haben es ja gehört, die Schwiegermutter und er heilt sie. Nur so in Klammern, anders, alle Wundererzählungen werden anders erzählt als außerbiblisch. Da gibt es viel Firlefanz, Beschwörung, Beschwörungsformeln und so weiter. Bei Jesus fast lässig und doch so zuwendend. Er nimmt die Hand und richtet sie auf. Vielleicht das schönste Wort in diesem Abschnitt, der Herr, der uns aufrichtet, die wir oft zu gebeugt sind. Und das muss sich rumgesprochen haben, dass in der Synagoge, dass bei Simon Petrus zu Hause, als es Abend wird, also der Sabbat vorbei und es wieder möglich ist zu kommen, die ganze Stadt versammelt sich, so viele Kranke und Besessene, wie es heißt. Und Jesus heilt viele. Warum nicht alle? Warum diese und jene nicht? Vielleicht, weil keine Zeit mehr war, aber das hätte er ja am nächsten Tag fortführen können, vollenden können. In der Früh steht er auf, geht in die Einsamkeit, um zu beten. Und wir dürfen sicher sein, dass die ganze Not, die ihm da begegnet ist, die Menschen, die er geheilt hat und all die anderen, die vielleicht in der zweiten oder dritten Reihe standen, nicht drankamen, dass er sie vor den Vater getragen hat. Alle suchen dich. Und natürlich steckt in diesem Wort, ja und sie warten auf dich, sie hoffen auf dich, dass du kommst und uns heilst. Und dann diese Antwort, nein, ich komme nicht. Nein, so drückt er es nicht aus, aber der Sache nach. Ich muss noch in viele andere Worte gehen, Orte gehen. Und dann sagt er nicht, um zu heilen, das wird er auch tun, sondern um das Evangelium zu verkünden. Und die Beschwestern und Brüder, das ist ungerecht. Warum die einen und die anderen nicht? Zur rechten Zeit, am rechten Ort und die anderen nicht. Die einen werden geheilt, die so intensiv dafür beten, andere, die dafür beten. Und andere, die nicht weniger intensiv beten, erfahren keine körperliche Heilung. Warum? Ich selber mache mir den Reim so darauf, dass Jesus ausdrücken will, ich bin nicht gekommen, um alle Krankheit zu beseitigen. Es ist ein Tropfen auf den heißen Stein am Ende. Und auch Jesus ist Mensch, er lernt. In den weiteren Heilungen, die er wirkt, spielt eine viel größere Rolle die innere Heilung. Dein Glaube, dein Vertrauen hat dir geholfen. Das Entscheidende ist nicht, dass du körperlich heil bist. Sorry, wenn ich das so ausdrücke, aber es ist so unendlich wichtig. Ja. Aber das, wozu er kommt, ist ganzheitlich. Die innere Heilung. Und die geht nicht ohne Glauben, Vertrauen. Umkehr, deine Sünden sind dir vergeben. Dazu bin ich gekommen, den Menschen ganz zu heilen. Und du kannst unheil sein, auch wenn du komplett gesund bist. Deswegen bin ich so skeptisch, wenn mir jemand sagt, Hauptsache gesund. Das ist so wichtig, ja. Aber es ist nicht das Letzte, nicht das Aller, Allerwichtigste. Und so ist die Antwort, die Gott in seinem Sohn Jesus Christus gibt, eine andere als die, die er dem Hiob gegeben hat. Er wird ihm am Ende sagen, du erblickst einen ganz winzigen Ausschnitt der Wirklichkeit. Ich, Gott, sehe das Ganze. Ich, der ich alles erschaffen habe. Wir gemeint, es ist eine gültige Antwort, aber nicht die Letzte, die Gott gibt. Eine Machtantwort. Wer bist du, dass du mit mir rechtest? Hiob wird dann auch sagen, ich kannte dich nur vom Hören sagen, jetzt haben meine Augen dich gesehen. Die Antwort wird Jesus sein, der das Leid nicht einfach beseitigt, aber der es auf sich nimmt. Das ganze Leben sprechen, heilen, innerlich und äußerlich. Und dann das ganze Elend, die ganzen Verwundungen der Welt, die Versehrtheit, die Schuld auf sich nehmend. Die Beschwestern und Brüder, das ist die Antwort Gottes. Nie hat Jesus das Leid erklärt oder weg erklärt. Dass wir jetzt sagen könnten, ja, ach so, ja, jetzt weiß ich Bescheid. Nein, er hat es auf sich genommen. Und das, was wir im heutigen Evangelium sehen, das ist, da wo er ist, der Herr, da ist Heil. Heilung, aber nicht immer, aber Heil immer. Wo ich an seiner Seite bin und er, der Immanuel, der Gott mit mir, der Gott mit uns, an meiner Seite. Da ist Heil. Liebe Schwestern und Brüder, das ist das Evangelium, die frohe Botschaft, die Paulus erfahren hat. Ein Zwang liegt auf mir, dieses Evangelium zu verkünden. Kein äußerer Zwang, ein innerer, ein inneres Müssen, anderen Menschen daran teilzugeben, an diesem Evangelium, das das Leid nicht einfach beseitigt, aber es hilft, dass wir es tragen, dass wir es annehmen können. Oft auch heilt und tröstet und uns die Gewissheit gibt, wo auch immer ich lebe, in welchem Dunkel auch immer. An seiner Seite ist es immer ein Weg ins Licht.